Willkommen zu diesem Capstone Videozyklus zum Thema Algebra. Ich möchte euch in diesem Video einen kompakten Überblick über den Kompetenzbereich AG2 geben. Es geht also um Terme und Formeln, um Gleichungen, Ungleichungen und Gleichungssysteme. Nun, Terme sind sinnvolle mathematische Ausdrücke. Formeln beschreiben einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Größen. Ich schreibe hier irgendeine Formelsbeispiel hin, zum Beispiel die Formel, wie man das Volumen eines Drehkegels berechnen kann. Ihr sollt Formeln aufstellen können, ihr sollt Formeln im Kontext interpretieren können. Ihr sollt auch wissen, wie sich die Änderung einer Größe auf die andere auswirkt. Also wenn man dieser Formel zum Beispiel das H verdoppelt, so verdoppelt sich auch die Variable V. Aber wenn man dieser Formel das R verdoppelt, vervierfacht sich das V, weil das R eben quadriert wird. Diese Zusammenhänge sollt ihr erkennen. Außerdem sollt ihr Formeln umformen können und das führt mich gleich zum nächsten Kapitel, zu den linearen Gleichungen. Lineare Gleichungen sind also Gleichungen der Form a mal x plus b ist gleich 0. Ich habe diese Gleichung schon umgeformt, wobei a und b reelle Zahlen sind und a nicht 0. Sonst ist es keine lineare Gleichung mehr. Diese Gleichungen kann man nach x auflösen, also die Variable x berechnen und dabei macht man sogenannte Äquivalenzumformungen. Das sind Umformungen der Gleichung, die die Lösung der Gleichung nicht verändern. Man darf also auf beiden Seiten der Gleichung dieselbe Zahl oder dieselbe Variable, den selben Term addieren oder subtrahieren. Ich darf auch mit derselben Zahl multiplizieren oder dividieren, aber nur dann, wenn ich sicher weiß, dass diese Zahl nicht 0 ist. Dass man nicht durch eine Zahl durch 0 dividiert, ist logisch, aber man darf Gleichungen auch nicht mit 0 multiplizieren oder mit einer Variable Multiplizieren, die 0 sein könnte, weil dadurch die Lösungen verändert werden. Normalerweise gibt es zu einer Gleichung eine Grundmenge, in der alle Zahlen sind, die ich für x einsetzen darf. Die folgt aus dem Text und wenn man die Gleichung fertig gelöst hat, gibt es eine Lösungsmenge, in der dann die Menge aller Lösungen drin entsteht. Grundsätzlich haben lineare Gleichungen eine Lösung in den reellen Zahlen. Die schreibt man dann in die Lösungsmenge. Außerdem betrachten wir in dieser Grundkompetenz lineare Gleichungssysteme, und zwar lineare Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen in zwei Unbekannten. Vielleicht schreibe ich einmal eine Gleichung mit zwei Unbekannten auf. Zum Beispiel ganz eine einfache x plus y ist gleich 1. Eine lineare Gleichung mit zwei Unbekannten hat natürlich unendlich viele Lösungen. Also es gibt unendlich viele Paare x, y, die diese Gleichung erfüllen. Und wenn man das grafisch interpretieren möchte, dann liegen alle diese Punkte x, y, die diese Gleichung erfüllen auf einer Geraden. Ich kann die ganz einfach ausrechnen, indem ich für x einen beliebigen Wert einsetze und den dazugehörigen y-Wert ausrechne. Zum Beispiel, wenn x 1 ist, ist y 0. Dieser Punkt hier. Wenn y 1 ist, dann ist x 0. Wenn x zum Beispiel 2 ist, dann muss ich 2 minus 1 ist, 1 ist y minus 1. Und alle diese Paare, die die Gleichung erfüllen, liegen auf einer Geraden. Und wenn ich alle reellen Zahlen einsetze, kann ich diese Gerade auch durchzeichnen. Ich gebe der Gleichung mal einen Namen, nennen wir sie 1. Nun, ein lineares Gleichungssystem besteht eben aus zwei solchen linearen Gleichungen mit zwei Unbekannten. Ich schreibe eine zweite Gleichung drunter, zum Beispiel x minus y ist gleich 1. Und auch die Lösungen dieser Gleichung liegen wieder auf einer Geraden. Und der Punkt, an dem sich diese beiden Geraden schneiden, der sogenannte Schnittpunkt, das ist die Lösung dieses Gleichungssystems. Die Lösungsmenge eines Gleichungssystems ist also nicht nur ein Punkt, sondern nicht nur eine Zahl, sondern ein Punkt, also zum Beispiel der Punkt x, y. Und das sind genau die Koordinaten des Schnittpunkts. Es gibt ein einziges Paar von Zahlen x und y, die sowohl die erste Gleichung als auch die zweite Gleichung erfüllen. Nun ist das nicht immer so. Es gibt Sonderfälle, die ich ganz kurz aufschreiben möchte, zum Beispiel ich schreibe die erste Gleichung nochmal ab, x plus y ist gleich 1. Und wenn ich hier eine zweite Gleichung dazu schreibe, die der ersten sozusagen widerspricht, also zum Beispiel x plus y ist gleich 2. Ihr seht schon, es ist eigentlich ein Widerspruch. x plus y kann nicht gleichzeitig 1 oder 2 sein. Wenn ich hier die zugehörigen Geraden zeichne, so haben die dieselbe Richtung, aber sind nicht ident. Es sind parallele Gerade und parallele Geraden werden sich nie schneiden. Das heißt, in diesem Fall hat das lineare Gleichungssystem keine Lösung, die Lösungsmenge ist leer. Es gibt noch einen dritten Sonderfall, wenn das lineare Gleichungssystem quasi aus zwei äquivalenten Gleichungen besteht. Ich schreibe also zu meiner ersten Gleichung eine äquivalente Gleichung dazu, zum Beispiel 2x plus 2y ist gleich 2. Ihr seht schon, das ist eigentlich die selbe Gleichung. Die zugehörigen Geraden sind ident, das heißt, sie liegen aufeinander. Die Lösungsmenge in diesem Fall besteht aus unendlich vielen Punkten, eben allen, die auf dieser Geraden, die hier gegeben ist, liegen. Als nächstes zum Thema Ungleichungen. Ungleichungen sind Terme, die mit einem Ungleichheitszeichen verbunden sind, also mit kleiner, kleiner gleich, größer oder größer gleich. Grundsätzlich sind bei Ungleichungen dieselben Äquivalenzumformungen möglich wie bei Gleichungen mit einer Ausnahme, und das ist die Multiplikation beziehungsweise Division durch eine negative Zahl. Ich schreibe vielleicht eine einfache Ungleichung her, um das zu erklären. Sagen wir, minus 2x plus 4 ist kleiner als 17. Zuerst einmal auf beiden Seiten 4 subtrahieren. Das darf man. Minus 2x ist dann kleiner als 13. Und nun werde ich beide Seiten der Ungleichung durch minus 2 dividieren. Und Achtung, bei einer Division durch eine negative Zahl muss ich das Ungleichheitszeichen umdrehen. Das heißt, wenn minus 2x kleiner ist, das 13, dann ist x größer als minus 13 halber beziehungsweise 6,5. Die Lösungsmenge bei Ungleichungen sind jetzt nicht einzelne Zahlen, sondern wenn die Grundmenge die reelle Zahlen war, ist es ein ganzes Intervall auf einer Zahlengerade. Ich zeichne kurz eine Zahlengerade hin. Summe 0, minus 4, minus 8. Das heißt, ungefähr 4. In dieser Ungleichung waren alle Zahlen, die größer als minus 13 halber sind, mit Lösungen. Ich kann diese Zahlen hier kennzeichnen. Minus 13 halber, so minus 6,5, so ungefähr hier. Minus 6,5 selbst gehört nicht dazu, weil er steht hier größer als minus 6,5. Aber alle reellen Zahlen, die größer sind als minus 6,5, gehören nun zur Lösungsmenge dieser Ungleichung. Als letztes zu den quadratischen Gleichungen. Quadratische Gleichungen sind Gleichungen der Form ax² plus bx plus c gleich 0, wobei wieder a, b und c reelle Zahlen sind und a ungleich 0 sein muss. Sonst habe ich keine quadratische Gleichung. Ihr könnt euch sicher erinnern, man kann hier eine Lösungsformel herleiten, um diese Gleichung zu lösen. Die steht im Formelheft, oder vielleicht weiß man sie auch auswendig. Ich schreibe sie für diese Art von Gleichungen einmal hin. Aus b² minus 4ac geteilt durch 2a. Man sieht, es gibt grundsätzlich zwei reelle Lösungen für diese quadratische Gleichung, wenn dieser Term, dieser Ausdruck, der hier unter der Wurzel steht, positiv ist. Und das ist der interessante Term dieser Lösungsformel, das ist die sogenannte Diskriminante. Bei dieser Lösungsformel ist es b² minus 4ac. Und wenn die Diskriminante positiv ist, dann hat diese quadratische Gleichung zwei reelle Lösungen, die man mit dieser Formel berechnen kann. Ist die Diskriminante gleich 0, hat diese quadratische Gleichung eine reelle Lösung, und zwar minus b plus minus 0 durch 2a. Ist die Diskriminante negativ, so steht unter der Wurzel eine negativen Zahl, und diese quadratische Gleichung hat keine reelle Lösung. Außerdem solltet ihr noch diese Lösungsfälle grafisch interpretieren können. Diese Aufgabe bestimme die Lösungen dieser Gleichung, ist äquivalent zur Aufgabe, bestimme die Nullstellen dieses Polynoms, also wenn ich mit f von x eine Polynomfunktion habe, die gleich a x² plus b x plus c ist, so gibt der Graph dieser Polynomfunktion eine Parabel, und im ersten Lösungsfall hat diese Parabel zwei Nullstellen, die schaut also irgendwie so aus, im zweiten Lösungsfall hat die Parabel, um die es hier geht, nur eine Nullstelle, die Gleichung, die der Zugehörige hat, auch nur eine Lösung, und im dritten Fall berührt die Zugehörige Parabel die x-Achse gar nicht, es gibt keine Nullstelle, und auch die Zugehörige Gleichung hat keine Lösung. Gut, das war ein kompakter Überblick über die Themen der Algebra, Grundkompetenz AG2, viel Spaß bei den Beispielen.